Kraude House hat ein gutes Angebot, das ich als Einzelperson eigentlich nicht aneinanderkomme. Ich komme nicht auf so viele Angebote rüber für Mehrfamiliehäuser zu kaufen, das ist mal das eine. Das zweite ist auch eine Risikoverteilung. Also ich kann da mit relativ geringen Mitteln in mehreren Häusern investieren und habe somit das Risiko gestreut. Nummer 3